Ja, so, wo waren die andere? Wir hatten da noch einen, ne? Ja. Bei, wo war das? Na, dann gehen wir mal los. Die Koordinaten hatte ich hier vorne genannt zum Aufschreiben, weil ich keinen Punkt mehr setzen wollte. Also, wo von hier aus ungefähr? Na, ich bin hier irgendwie rechts runter geflogen. Irgendwo hier lang, da war, war das in der Nähe von Redwood? Na, das muss irgendwie rechts sein, irgendwo da runter. Ich fliege einfach mal lang, vielleicht finde ich auch noch einen anderen. Da war auf jeden Fall noch einer, der ist da alleine rumgeguckt. Das ist aber schon weit weg, ne? Warte mal, hier ist noch einer, mal gucken. Aber ist bestimmt falscher. Wer bist du, Freund? 19, 4, 62, 5, ja, in die Richtung ungefähr. Hier ist noch ein Hunderter. Aber 100 ist halt auch nicht hoch, ne? Auch schon wieder Männchen. Das Problem ist halt, wir brauchen irgendwie was, was ein halbwegs vernünftiges Level hat, damit wir mal ein bisschen anfangen können mit der Zucht. Einfach für den Boss. Wie gesagt, für Gamma ist, glaube ich, eher nicht das Problem, dass wir da irgendwas Vernünftiges finden. Ja, aber für alles, was danach kommt. Wollen wir mal gucken, ob hier noch eine Explorer Note ist? Ja, hier muss auf jeden Fall eine sein. Oh, warte, stopp, 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 da ist ein Terry. Da ist ein Terry. Das ist doch, glaube ich, der. Ne, ne. War das der? War der so bunt? Weil, ja. Du hast gesagt, 62, 5, 94. Ah, ja. Okay, das ist er. Wo denn? Ich sehe ihn gar nicht. Da? Ach, da rechts, okay. Er hat sich getarnt. Ich sag mal so, ich probiere das mal auch mit der Falle. Ei, ei, ei. Ich bleibe in der Luft diesmal. Ich fand das irgendwie schwierig. Ach, Compi, das ist doch nicht euer Ernst, ey. Was denn jetzt so? Tausend Kombis. Och, ne, was kommt denn hier an? Guck mal. Mal die Dilos kaputt machen hier. Ist das schon wieder alles Akku? Da kommt immer das ganze Vieh Zeugs. Mein Gott. Mega neu war. Und noch mehr Compis. Ja, ich mach die Dilos mal kurz kaputt. Oh, da sollen so ein Klauviech nehmen wir uns hier. Ich glaube, ich darf. Pego Maastax, oder was? Nee. Ich sehe halt nichts. Ich wurde vom Dilo angespuckt. Nee, ich die Horn ist weg, nehmen die. Äh, nee. Lass mal. Wo ist er denn? Ach, da. Ich hole ihn an. Oh, nicht getraut. Ach, was ist denn hier los? Hode uns, na klar. Ei, ei, ei. Verrückt. Ich schieße den, ich die Horn ist ab. So, easy. Weggeklöppelt. Hier ist halt ein bisschen was los immer in der Ecke. Hast du den Terry jetzt schon flachgelegt? Na? Den Terry hast du ja noch nicht flachgelegt. Nee, wie denn? Weiß ich nicht. Ich kann doch nicht mal absteigen. Was haben wir denn hier vorne? Rodons. So. Und tausend Kombis. Naja. Also jetzt sollte eigentlich alles tot sein. Hey, hey, Freunde. Das kannst du gleich vergessen hier. Ach, noch ein Dilo. Oh mein Gott, da steht der Terry neben mir. Oh, ich hab mich gerade voll erschrocken. Was hast du gemacht? Oh Gott. Der Terry steht neben mir. Nicht, dass sich auf einmal wieder so ein Schuss löst. Kennt man ja. Ich erinnere an die letzte Episode. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Habt ihr es gesehen? Habt ihr gesehen, was da mit dem Quetzi passiert ist? Habt ihr die Augen verschlossen? Ich hoffe doch. Verrückt auf jeden Fall. So, Aktion Bärenfalle. Ich hoffe, das funktioniert. Zack. Nein. Wo ist der denn denn gerannt? Der ist dran vorbeigerannt. Oh Gott. Wow. Na, das hat ja hervorragend funktioniert. Ja, gar nicht, würde ich sagen. Na gucken. Er kommt, er kommt, er kommt. Nö. Die ist kaputt. Und ich glaube, da muss wirklich genau durchlaufen. Oh mein Gott. Oh, jetzt hätte ich gelacht, wäre die beim Dilo zugegangen, weil da einfach noch so blöder Dilo ist. Ja, da habe ich eigentlich mal damit gerechnet, weißt du? Dilo, komm her. Jetzt hat es geschnappt. Terry drin. Macht ihr die eigentlich kaputt, sag mal? Kann auch sein, dass sie deswegen dann vorhin kaputt gegangen ist. Ja, siehst du? Das Ding hält einfach nicht. Ja, wir hatten das gesagt, Aliquio. Oh, toll. 30 Sekunden. Ja, siehst du, Aliquio. So sieht es aus. Was ist da eigentlich schon wieder los? Das ist halt wieder nur so der Plastikkram, ne? Wer billig kauft, kauft zweimal. Die haben es einfach Wisch bestellt, diese Bärenfallen. Ist halt wirklich so. Da kannst du Eier mit zerteilen, aber das war es dann auch schon. Aua. Nicht, was du denkst, oh Gott. Na, Schmerzen, ihr Lieben? Oh je. Stehst du sicher da? Ich weiß ja nicht. Weiß ich auch noch nicht. Also wenn du willst, kann ich meinen Petri einpacken und du schießt den runter und wir fliegen einfach drüber hinweg. Oh mein Gott, ich fliege gar nicht runter. Eieiei. Wo ist denn hingerannt? Ich hing gerade gar nicht. Der ist hinter dir am Stein. Oh mein Gott. Jetzt kommt hier. Jetzt kommt er hoch, oder? Jetzt kommt hier so ein blöder Dilo, ey. Geh doch weg. Guck mal, lass uns mal kurz einen Zentimeter vorne parken. Ich fliege und du schießt den runter. Ich finde, das ist eine super Idee. Komm, ich packe hier meinen Petri ein. Oh shit. So, ja, dann musst du gleich herkommen. Petrunia, komm her. Wir müssen kurz den Tafel hier mal hinpacken. Ja, ja. Also runter. So. Ey, komm mal her. Tapia. Mensch, Hilfe. Tapia, was ist denn los hier? So, ich bin da, ich bin da. Steck mal ab. Und ich steig auf. So, jetzt. Alle da. Oh, jetzt bin ich abgestiegen. Großartig. Los. So, guck mal, und jetzt bleiben wir. Ey. Ist das zu hoch, zu doof? Wir hatten aber schon festgestellt, dass du nicht fliegen sollst. Ist richtig, aber. Ne, so hilft uns das nicht, weil wir sind genau drüber. Du musst schon mal rückwärts fliegen. Ach so. Nach unten. Warte mal. Hä, aber rückwärts ist doch einfach mit S. Ja, aber du fliegst nach oben. Ach so, warte mal. Wie soll ich denn so schießen? C. Warte, C und, oh, jetzt wird's aber komisch. Entschuldigung. Ja, danke. Der hat meine Rüstung kaputt gemacht. Mann, wie fliegst du denn? Jetzt, guck mal. Was ist denn da los? Jetzt, jetzt. Ich kann so nicht schießen. Wie ist denn? Was ist denn? Das Ding ist kaputt. Geht nicht. Jetzt, schieß. Oh Gott. Ne, ich glaub wir tauschen. Ja, aber dann, oh mein Gott. Ich kann mit dem nicht rückwärts fliegen. Du kannst gar nicht fliegen mit dem. Kannst du mal so fliegen, dass ich schießen kann? Na, aber guck doch mal. Rückwärts funktioniert nicht. Nicht vernünftig. Da fliegt der immer hoch. Ich weiß nicht, ob meine Tastenbelegung komisch ist. Ich kann, wenn ich rückwärts fliege, fliegt der hoch. Mein Gott. Fliegst du bitte so, dass ich irgendwie schießen kann? Kannst du schießen? Nein. Jetzt, guck mal. Triff doch hoffentlich. Ich seh ihn nicht. Der ist vor dir. Rechts. Ja. Rechts vorne. Schieß. Ja, da ist ein Tapirhorn im Weg. Guck mal, jetzt hier im Kreis. Oh mein Gott. Jetzt rennt der in den Wald. So, warte. Oh, Bäume. Mann. Erklär mir lieber, warum das so ist, wenn ich S drücke, dass der hochfliegt. Ich kann so nicht schießen. Ich kann so nicht arbeiten. Guck mal so, jetzt rechts von dir? Ja, das ist ein Baum. Nochmal rechts von dir? Ich seh ihn. Da ist auch der mit dem Baum. Und warte, wir gehen wieder ein bisschen nach vorne. Und wir drehen. Da, rechts von dir. Und wir hauen nochmal ab. Hui. Aua, der macht aber auch ordentlich Schaden. Ja, dann sollst du ihn nicht wegdenken. Oh mein Gott, mir wird schlecht. Ja, mir auch. Mir ist schon schlecht. Guck mal, jetzt haut er ab. Mein Gott, wie lange braucht der denn? Nein, wenn ich nicht treffe, ist halt klar, dass er länger braucht. Ja, jetzt. Guck mal, das sieht doch jetzt schon hervorragend aus. Noch ein bisschen ran. Rennt er jetzt in den Wald? Ja, hinterher. Gott. Ach, da ist er. Warte, 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 warte. Ich will hol ihn wieder raus. Oh mein Gott. Guck mal, da ist er jetzt. Links von dir. Ich würde sagen, wir machen mal einen Flugschein mit Anni. Nee, finde ich jetzt doof, ne? Ich möchte ohne Flugschein fliegen. Hm, ja. So, jetzt hier. Ja, guck doch, als ob nichts war. Der ist so fort. Es war ja auch nichts. Keiner hat was gesehen. Du kannst mal, kannst, kannst du mal fliegen und mal sagen, wie das aussieht bei dir, wenn du S drückst? Wenn du fliegst und S drückst, bei mir geht der dann nach, bei mir fliegt der nach oben und hinten. Naja, wenn du halt nach, wenn du halt nach... Hilfe. Hilfe. Ja, mein Gott, mach sie kaputt. Ich hab ja nichts. Schwert auspacken und wegflinsen. Ja, warte hier. Ja, korrekt. Gut. Ja, wie gesagt, also je nachdem, wo du da hinguckst, wenn du auf den Boden guckst, ist klar, dass er nach oben fliegt, weil der fliegt immer entgegensetzt der Kamera, ne? Hm, warte mal, kann ich da nochmal rauf? Warte mal. Will nochmal fliegen. Bleib mal drauf sitzen dann. Nee, so kann ich nicht fliegen. Du musst absteigen. Ja, ich bin da gerade gestiegen. Warte, jetzt. Ich fliege hoch, so wenn ich jetzt gerade aus... So, und wenn ich jetzt S drücke, na gut, jetzt geht's besser. Ja, und wenn du jetzt nach unten guckst, fliegst du ja nach oben. Na, das ist ja so ein Ding. Na, ich bin halt nicht so mit dem Tarpel unterwegs, ne? Aber gut, dann weiß ich jetzt, wie's geht. Ja. Bitte. Mach 2,50 Euro. Ja, gib mir mal den Kryoport, bitte. Ei, 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 ey. Da. Uff. Na ja. Ich sag dazu mal nix. Nee, da kann man hier schon nix sagen. So, letzte Stellung hier, ja? Ja. Ich hol mal den anderen Terry. Ich mach nen Kopfstand. Ist der fertig? Ja, der ist fertig, ja. Hervorragend. Dann kann ich ja den Rally Point gleich löschen. Da ist noch ein Terry, was ist denn das war einer hier? Ich bin schon 60er oder so. Ein Wunder da. Ach, das war das vorhin. Nee, den hatte ich vorhin gesehen. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Das war ein aufregendes Abenteuer. Na nu. So, jetzt ist schon wieder so ein Gid. Dreisiger Männchen, wir haben nur Männchen hier, ne? Ja, und dann aber auch alle einfach mit nem blöden Level. Naja, immerhin zwei haben wir mit nem passablen Level, sag ich. So, ich pack hier schon mal Kibbel rein. In den kleinen. Der braucht, ich glaub, der braucht auch fünf. Naja, kriegt er sechs. Der andere müsste noch nen Kibbel extra haben, ne? Dann hab ich schon rausgenommen. Also, die brauchen nur vier generell, ne? Ja, vier. Ja. Ich hoffe, du hast irgendwelche Brauchernstads. Erwarte bitte einfach gar nichts. Ich pack mir erst mal einen. Ja. Jetzt fehlt halt einfach echt Weibchen. Mal wegpacken den Lümmel hier. Toll. Weißt du, so motiviert man seine neuen Terrys wegpacken, den Müll. Mario kann motivieren. Ich hab mir Müll gesagt, ich hab den Lümmel. Den Lümmel? Ja. Ich hab Müll verstanden. Ja. Wasche die Ohren. Füße waschen. Ich pack mal Petronia wieder raus. Man, da wenigstens mal ein Terry. Also, das ist halt ne Katastrophe. Du bist seit Ewigkeiten am Suchen an einen Terry. Und du findest halt einfach nichts. Ja, aber wir brauchen trotzdem noch ein Weibchen. Also, gerade so in den grünen Obelisken rum oder so. Wobei, im grünen Obelisken war vorhin, glaub ich, noch 120er Weibchen. Da könnten wir vielleicht nochmal gucken gehen. Ja, stimmt. Vielleicht ist da noch was anderes unterwegs. Aber erst mal, wenn du jetzt nochmal zurückkommst, die Explorer Note hier. Ja, ich will mir ja nur die Explorer Note schon mal schnappen. Ja, ich glaub, wir waren hier schon. Ja. Ich guck gerade, wo die war. Na hier. Direkt links. Warte. Warte. Ah ja. Mhm. Okay. Ich glaub, hier sind wir schon mal mit dem Giga lang gelatscht. Ja, kann sein. Man tritt ja einfach mal rauf, ne? Ach so, das war die Nervenote Nummer 15. So, checken wir mal die Lage, was er denn hier Schönes hat. 36 Punkte in HP ist jetzt nicht so dolle. 37 in Damage. 41 in Oxyn, natürlich. Mhm. Naja, also. Weißt du was? Atlantis ruft. Mhm. Atlantis ruft einfach eine Welt mit Terrys. Mhm. Geht schon. Mhm. Ja, friss mal mein Kleiner. Ich weiß noch nicht. Fühl dich einfach nicht, glaub ich. Ah. Hat der hier 235% Base Damage. Hm. Schwierig. Könnt ihr mal hier, solange der noch rumliegt, noch mal ein bisschen rumfliegen. Noch mal gucken, ob wir noch was finden. Ja, ich könnte halt so einen grünen Obelisken düsen und da den gucken, ob der Terry noch da ist. Naja, klar. 120er Weibchen, jetzt nicht die Welt, aber ich sag mal so, wenn die Männchen in ihre Stats weitervererbt man das Weibchen oder so oder die Kinder, wäre es immerhin ein Anfang. Ja. Also wir müssen halt das nehmen, was wir kriegen können. Ja. Ist leider so. Wir kommen da nicht drum rum, halt auch leider die kleineren Tierchen zu nehmen. Was heißt kleiner? Aber die halt, ja, die eben nicht 140, 150 sind. Ich mein, schön wär's natürlich, wenn du immer so ein 150er Tierchen hast und am besten gleich Männchen und Weibchen, aber fällt halt einfach aus. Man nimmt, was man kriegen kann und das mit den Gerizinos nehmt. Man muss halt nicht erwarten, dass du mit diesen, ich sag mal, Low-Level-Tieren, in Anführungszeichen, dass du dann irgendwie so mal einen Beta- oder Alpha-Boss schaffst, ne? Das kannst du gleich vergessen. Nee, nee, das ist dann halt für Gamma, aber du kannst ja wirklich dann anfangen zu zähmen. Zumal wir auch keine Sättel haben, auch noch abgesehen, ne? Ja, wir müssen halt irgendwie noch weiter in die Höhlen. Wir haben halt bisher Pech gehabt, was die Blueprints angeht, aber ohne Höhlen kriegst du halt auch nicht das gute Zeug. Und jetzt ist halt noch das Problem, es gibt ja die große Eishöhle, nicht die, in der wir letztens waren, das ist ja nur diese kleine Schneehöhle, sondern es gibt halt einfach noch die große Eishöhle und da brauchst du gute Tiere. Da brauchst du halt im besten Fall Terries mit guten Satteln. Sätteln, nicht Satteln. Ja, oder ein Thüler oder irgendwas, oder Kanos. Ja, Thüler, aber halt alles mit guten Sätteln. Ansonsten brauchst du da gar nicht rein. Und dort gibt's halt den geilen Loot. Genauso wie die Unterwasserhöhle. Das sind die Höhlen mit dem guten Loot. Ja, Sumpfhöhle geht, große Eishöhle, Unterwasserhöhlen gehen auf jeden Fall auch super. Kano Island, die Höhle ist leider vom Loot her eher so, ja, mittelmäßig, sag ich jetzt mal. So ein bisschen schade. Äh, ja, ansonsten, was haben wir denn noch? Für Loot. Airdrops kann man vergessen, glaub ich, da ist nix brauchbares bei. Also, da war bisher überhaupt gar nichts Gutes bei. Also, jedenfalls nicht ein Blueprints. Da hast du vielleicht mal irgendwie was Einzelnes. Ich mein, wir haben ja noch bei uns immer noch Raptor Klaus hier am Start, ne? Wir haben das Winter Wonderland ja noch aktiv. Das heißt, wir könnten das irgendwie noch mal in Angriff nehmen. Und dann wirklich schauen, ob wir halt ein paar Mal da Geschenke suchen gehen und was Gutes bei rauskriegen. Aber wir können ja zumindest die kleine Eishöhle noch mal checken, weil, wie gesagt, da sind ja im Eingangsbereich zwei Loot-Crates, die man relativ easy fahren kann. Ja. Ähm, das ist bei uns um die Ecke. Also, da könnten wir halt auch noch mal schauen gehen. Na, dann lass uns doch da noch mal anschließend hingehen. Wenn der Terry fertig ist, dann gehen wir da noch mal hin und gucken halt wenigstens nach dem Loot. Hm. Oder wenn ich hab halt, also eigentlich nix zum Kämpfen mit, also keine vernünftige Schussmacher. Na, wenn du willst, dann geh ich mal kurz nach Hause. Ich mein, der Terry ist noch unterwegs. Wenn du jetzt da gerade beim grünen Obelisken rumeierst, hol ich schon mal das gute Zeug. Was heißt gute Zeug? Nein, wir brauchen eigentlich nur eine Shotgun und Gegengift. Na, dann hol ich das. Na, gar kein Problem. Das ist doch gar kein Problem. Wo ist denn unser Zuhause? Ich guck auf die Karte, ich muss nur nach oben. Oh, warte mal, hier ist ein Terry. Moment, Moment. Das ist wichtiger, das zu checken. Aber ich glaub, du kannst doch kurz warten, weil sonst müssen wir ja noch mal hinfliegen dort. Ja, ja. Ich glaub, der wohnt da, oder? Ich weiß es noch nicht. Ach, beweg dich doch. Mann. Das ist 50, natürlich. Gib 50 und frag nicht, ne? Ja. Meine Güte. Ist halt einfach ein Trauerspiel. Oh, der Terry hat schon zweimal gegessen? Na, immerhin. Besser als nischt. Wir werden auf jeden Fall demnächst mal die Lage checken, wie es dann aussieht, ob wir alles hätten für einen Rönio Gnata zum Zähmen, sag ich jetzt mal. Alter, brauchen wir ja ein bisschen was zum Füttern, also es gibt ja so verschiedene Nahrungsmittel, die dann wollen, wenn die schwanger sind, die Wirtstiere. Und müssen wir mal gucken, ob wir da alles haben, weil da brauchen wir ja auch noch eine. Also ich bin auch echt gespannt, wie das wird mit der Rönio Gnata. Da hab ich echt noch, weiß ich nicht, gar keine Ahnung, wie gut das wird. Wir haben ja schon auf dem Community-Server schon mal uns da dran gewagt. Aber das hier dann nur zu zweit und ja, mal schauen. Ja, wobei das aber relativ easy war. Ich meine, wir haben es ja damals auf Ragnarok auch gemacht zu zweit. Ja, 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 ja. Also das ging schon. Wo die neu waren. Das ging schon. Ja, das kriegen wir hin. Aber die Frage ist nur, wie gut. Ja, Problem ist, wir haben vorhin auch noch mal nach dem Karcharodondosaurus geschaut. Da ist halt auch gar nichts von. Wir haben zwei Gigas gefunden, den 90er und 95er. Die sind jetzt nicht so brauchbar, sag ich jetzt mal. Aber Gacha, ja. Schwierig. Nö, ist nicht. Habt ihr denn brauchbare Gacharodontosaurus bei euch? Oder auch einfach Zahnfee? Wir nennen den ja eigentlich Zahnfee. Weil, ne, wegen dem Donto und so. 90er Weibchen. Mann, wer will denn 90er Weibchen? Aber das Ding hieß doch nicht, Zahnechse oder Großzahnechse? Großzahnechse oder Großzahnsaurier? Ja, irgendwas sowas. Deswegen auch Zahnfee. Ja, bei uns ist die Zahnfee. Okay, wenn man der Zahnfee begegnet, naja. Ich weiß nicht, ob du anschließend noch deine Zähne hast. Ja, das ist vielleicht auch nicht so das, was du willst, als Zahnarzt, ne? Das ist ein Gacharodonto. Einmal bitte aufmachen, was? Ja, aber die sind auch echt interessant, wenn man die zähmt. Muss ich ja sagen. Freue ich mich auch schon drauf. Ja, müssen wir doch mal einen finden, ne? Ja, da muss mal jemand auftauchen. Das ist halt einfach so, die teilen sich so ein bisschen die Spots mit den Gigas am Vulkan. Da musst du halt ein bisschen Glück haben, dass da mal einer auftaucht. Aber, naja. Geduld und so. Ist eine Tugend. Ist eine Tugend. Hast du irgendwas Spannendes gesehen? Was machst du gerade? Na, ich hab ja gesagt den 120er. Ach so, du hast den schon am Wickel. Och, 30er-Männchen. Ach komm. Also, ich leg mal hier noch so einen Terry um. Also, ich bring ihn um. Weil, wenn jetzt hier nur diese Level 30er sind, je schneller die weg sind, umso eher kommt vielleicht was Höheres. Das ist er ja. Jetzt hängt er da drin in so einer Felsspalte. Kann ich den vielleicht mit einer Falle oder so? Wieder mit der Falle? Ja, ich versuch's mal. Ja. Alle guten Dinge sind drei. Ja, gut. Ich mein, ist halt die Möglichkeit, entweder mit Fallen kannst du halt machen oder halt einbauen. Naja. Ich muss sagen, einbauen ist halt immer so die langweiligste Variante. Das ist halt sehr einfach. Ich mein, das kannst du machen, wenn du wirklich viel auf einmal zähmen willst. Dann, oh Gott, mein Petri hat keine Ausdauer mehr. Großartig. Ach du Scheiße. Jetzt hab ich grad ein Problem. Ey, ey, ey. Petronia. Oh Gott, lass meinen. Oh, oh. Ich habe grad einen Unfall gleich. Ey, ey, ey. Oh, oh. Was ist denn, oh, oh? Ich kann nicht auf meinen Petri aufsteigen, weil ihr blöde... Oh, oh. Oh, oh, Petronia. Können wir weg? Ich kann nicht aufsteigen. Weiß nicht, warum. Weiß nicht, was da das Problem ist. Und wir sind am Start. Ja, warte mal, warte mal. Neutral. Gab's schon eine Todesmeldung? Nö. Oh, ich konnte sie grad noch auf neutral fliehen setzen. Die haut gerade ab. Die ist richtig blutig. Oh mein Gott. Ich geh davon aus, dass ich euch gezeigt habe, was hier passiert ist. Puh. Mir ist ganz warm. Mein Gott, hör auf, um auf dich festzuhalten. Sonst noch mal landen. Oder hin. Puh. Petronia? Hallo? Ich muss mal kurz was schnaufen. Ich weiß nicht, wo die jetzt hin ist. Ach, da vorne. Oh Gott. Wieso kann ich hier nicht aufsteigen? Oh, Petronia hat noch jetzt 970 Lebenspunkte. Das ist aber eine Menge. Naja, die hatte grad weniger. War actionreich. Ich bleib hier mal kurz in der Luft. Das ist ja schon wieder zu viel. Meine ganze Rüstung ist kaputt gegangen. Außer meine Hose. Aber ich hab noch Ersatz mit. Mal kurz anziehen. Irgendwer schlingelt mich an. Ih, eine Schlange. Geh weg. Schlingeli. Ah, jetzt ist er weggerannt. Oh nee. Bitte nicht einen Sumpf rein. Danke. Wenn man sich's immer aussuchen könnte. Das ist doch kacke. Wie soll ich denn die... Ach, da drüben ist er. Oh mein Gott. Ich weiß, hier war eigentlich irgendwo noch ein Terry. Ich hab den gesehen. Hab ich mich ablenken lassen. Das ist aber nicht der. Oh Gott, da ist ja noch einer. Oh, ist das der von gerade. Ich hab hier ein 125er Weibchen übrigens noch. Ja, ja. Also nur, ich weiß nicht, soll ich anfangen? Ich hab aber halt nur Narko-Pfeile. Ja, reicht ja auch. Ich weiß halt nur nicht, ob ich das gut hinkriege alleine. Mal schauen. Ich versuch mein Glück. Ich muss nur erstmal irgendwo hin, wo es sicher ist. Und ich hab halt auch keine Bärenfalle oder irgendwas. Äh, Moment, warte. Jetzt sind hier zwei... Wir sind zwei Terrys. Ähnliches Level? Die trollen mich doch. Naja. Problem ist, immer wenn ich auf dem Tarpe sitze, seh ich sie halt, weil es hoch genug ist. Und jetzt hab ich hier ein 60er-Nickeleck. Das ist der Falsche. Wo ist eine andere hin? Mein Gott. So, ich hab jetzt hier auf jeden Fall auch einen Terry. Ich hoffe, ich krieg den einfach flachgelegt. Irgendwie. Weiß nicht, wie viele Pfeile der braucht. Wo bist du? Da ist er. Eieieieiei, ist Terry CM-Action heute. Ich hoffe, das ist der richtige, ja. Einfach betäuben. Irgendjemand wirst du schon erwischen. Ja, das ist der richtige, ist okay. Wenn er irgendwann liegt, dann kannst du mal ein Zeichen geben. Dann kannst du nicht herkommen. Ich weiß gar nicht, wo meiner jetzt hin ist. Das Problem ist, der rennt die ganze Zeit hier um die Steine drumherum. Ja. Der macht Dinge. Da ist er hier schon wieder. Bleib da stehen. Oh scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aufregend. Bei dir geht's voran? Ja. Muss? Ist ausbaufähig. Ausbaufähig. Okay, Munja, komm mal her. Komm mal her, Terry. Spring doch mal von der Klippe. Los. Hm. Der will nicht. Naja, das Problem ist, wenn du halt mit einem Nachladen aufsteigst auf dem Tarpel, dann fängt er halt von vorn an, wenn er das nächste Mal absteigt. Hm. Das heißt, du brauchst erstmal eine ruhige Minute. Oh, jetzt ist der andere genau neben mir. Ja, geh doch weg. Klingt doch wie bei nach Spaß. Ja, nee. Ja, nee. Hm. Boah, ich hasse das, wenn die wegrennen. Aber wie soll ich denn dann einbauen, dann musst du die langweilige Variante, weißt du? Ey, das kommt halt drauf an, ne? Wie viele Möglichkeiten man gerade hat. Och, jetzt haut meiner auch ab. Das ist ja falsch. Wo ist der Name jetzt schon wieder hin? Terry, hallo. Wobei ich aber finde, also es ist halt deutlich unübersichtlicher geworden, jetzt gerade immer die ganzen neuen Bäume und Büschen und keine Ahnung, Felsen, so in der Menge gab's die vorher halt nicht auf die Island. Ja, ich hab keine Ahnung, wo der gerannt ist. Hm. Hallo? Wo bist du? Hallo? Oh Mann. Ich muss gerade erstmal gucken, wo meiner ist. Ich weiß nicht, ob der schon umgefallen ist. Oh Gott, jetzt fall ich gerade runter. Oh, bitte nicht sterben. Oh Gott. Der andere ist irgendwie weggerannt. Ich hab keine Ahnung, wo der hingerannt ist. Hier unten in die Schlucht vielleicht? Gibt's doch gar nicht. Drück die Daumen, dass du ihn findest. Ich muss meinen auch finden. Ja, ich glaub, ich hab ihn gefunden. Ich glaub, dass der in der Schlucht hier unten... Aber er lebt noch. Ja. Ich probier's nochmal mit ner Falle. Mhm. Ich hoffe, es ist der richtige. Ich sollte mir auch mal so Fallen einpacken. Das ist, glaub ich, ganz hilfreich. Ja, meiner ist über alle Berge, oder wat? Och nee. Meiner ist irgendwo hingerannt. Terry. Äh, der ist drüber gerannt. Oh mein Gott. Ernsthaft. Ja, die Dinger sind halt einfach nicht ideal, ne? Die lösen halt nicht aus. Nicht jedes Mal. Oh Gott. Kannst du halt so ein bisschen vergessen. Oh Gott, es ist ja noch eine Schlange, die angreift. Ja, geh doch, wo du wohnst. Hm. Läuft bei dir. Ja, mein Terry ist weg. Terry. Wer dich. Es sei denn, der liegt schon. Warte mal. Ich muss mal gucken. Vielleicht liegt der hier noch irgendwas. Gott, das ist aufregend hier. Ja. Thames in Progress? Nee, nix da. Ach, mein Meganeurer. Hau doch ab. Oh verdammt, der andere Terry ist ja schon fertig. Ja. Warte mal, ich setze ja ganz kurz einen Rally Point. Nicht wegmachen, bitte. Ich mach ja gar nix. Ja, aber ich packe nämlich den anderen Terry ein und muss dann nochmal suchen. Also diese Fallen sind halt echt für den Eimer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich hab die irgendwie anders in der Runde. Qualitätsprodukte. Jetzt rennt er auch noch weiter weg durch den scheiß Sumpf. Hm. Ah, ey. Läuft. Ernsthaft. Na, jetzt liegt ja noch so ein Baum im Weg, ich seh halt nix. Ja. Wie sie die Stats wissen von dem 217er. Also er ist jetzt 217 rausgekommen. Ziemlich deprimieren. Ja, möglicherweise. Warte mal. Also was sind die der spannendste Wert? Ich muss auch gut schauen. 38 Punkte in Oxy. Mhm. 31 in Leben. 36 in Ausdauer. 41 in Food. Mhm. Gut. Und Schaden, was macht er da? Oh, 41 auch in Schaden. Immerhin. Ja. Wollen wir uns jetzt mal nicht komplett beschweren. Mhm. Trotzdem muss ich halt mal gucken, wo der andere Terry hin ist, ey. Das hätte ein gutes Weibchen sein können. Wir brauchen halt einfach mehr Auswahl. Nee, er ist eine Schildkröte. Oh mein Gott. Komm, komm mit Terry. Komm mal mit dir an Land. Sumpf ist Kacke. Aber der ist halt gerne da. Dino. Ich glaube, ich kann meinen vergessen. Das waren schöne, verschwendete Pfeile. Oder? 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 Nicht los. Muss halt dann so ein Tarpel. Kann er nur einfach absolut überhaupt nicht kämpfen, ne? Naja, der ist halt nicht fürs Kämpfen gemacht. Der ist nur für den Transport. Und das war's halt. Übernächst mal nehme ich auch mein Quetzi und packe die Dinger ein. Das war's halt nicht.